stream 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 ja ich hatte letztens in einem letzten also in dem letzten stream von uns hatte ich gemerkt dass du ziemlich leise bist ja das liegt an der playstation kamera ok kann man das irgendwie ändern ich kann es lauter stellen aber das bringt ja nichts dann musst du hier ja wir sind wir lassen das eingestellt mit dem audio mix ja eine ps-taste lange gedrückt hältst steht der audio gehst auf party und dann steht der audio mix anpassen kann man ja den rake mal ein bisschen verändern auf jeden fall muss ich erst mal ein spiel rein da ist glaube ich grundvoraussetzung im die tippen mit dem klatsch ich bleibe beim Hexenjäger, der ist cool. Ja, der war nicht schlecht. Ich bleibe beim Weitläufer erstmal. Okay. Das mit dem Bow Spamming fand ich cool. Ja, ich wäre für letztes Gefecht gleich, ja, ich starte jetzt auch mal den Stream. Ja, dann starte ich das Spiel auf jeden Fall. Dann machen wir heute mal das letzte Gefecht, oder? Ja, das reicht ja dann auch. Quasi eine kurze Folge von ihm heute. Wir nehmen mal eine andere Map. Und ja, es gibt Veteranen, es gibt Championen und es gibt Heldenhaft. Nee, bleiben wir bei Veteranen. Ja, die anderen können wir auch noch nicht auswählen. Wir müssen erstmal Veteranen schaffen. Gott, das kann doch nichts werden. Müssen wir da mit vier Mann spielen, also mit vier normalen Leuten, damit man das überhaupt schafft. Aber ich weiß nicht, ob die Bots viel schaffen. Keine Ahnung. Beim nächsten Mal können wir einfach mal ein öffentliches Spiel machen. Laden wir mal irgendwelche anderen Leute ein. Ja. Vielleicht wird es dann auch einfacher. Mal schauen, ne? So, für Donnerstag habe ich mir auf jeden Fall Farming Simulator vorgenommen. Echt? Mhm. Das neue hier DLC, oder was? Ja, das habe ich gerade schon vorgestellt. Oh, cool. So, bist du bereit? Nee, noch nicht. Warte. Noch nicht, noch nicht. Oh, das tut mir leid. Das kam ein bisschen zu spät. Immer nicht. Das kann ja nebenbei machen. Süßes Kleidung. Lass uns mal ein bisschen zurückhalten. Lass uns mal lieber erstmal die anderen vorstehen. So, auch für den Kampf. Das war noch in Ordnung. Das war machbar. Wo kommen die hier denn weg? Kommen die die Fassade hoch oder dahin die Brücke? Über die Brücke kommen sie. Jo, warte mal. Jo, warte mal. Oh, das ist so viel gut. Aus dem Osten. Die erste Welle gefällt mir irgendwie immer. Das war nicht unbegrenzt Pfeiler, das ist schade. Ja, in dem Sinn muss das Game hier haben. Hack and Slay hier. Junge. Jemals ist gerade hinter mir explodiert. Hat da irgendjemand eine Bombe geworfen? Ne, ein Fass ist da gerade hochgegangen. Achso. Da habe ich ordentlich Damage von genommen. Ja, du anscheinend auch, wa? Ein bisschen, ja. Oh Gott. Okay, erste Welle überstanden. Jupp. Dann kann ich durch die erste Welle, man hat auch nichts freigeschaltet. Ne. Kann ich jetzt nicht mal so nebenbei hier in das Video bei YouTube hochladen? Ja, mach das. Mock that. That Mock that Oak Minion. Kommen sie wieder hier als erstes weg? Oder wo kommen sie weg? Wo seid ihr? Ne. Ich komme hier weg. Wo? Äh, aus dem... Irgendjemand? Hast du ein Fass in der Hand? Ja. Ach, da oben sind sie. Ich sehe sie. Weg vom Fass. Ja, ich sehe es. Digga, halt dich ein bisschen im Hintergrund. Du bist viel zu viel drin. Okay. Unsere Leute müssen auch mal ein bisschen was machen. Wenn die draufgehen, ist ja in Ordnung. Weil dein Leben sieht auch schon nicht mehr so ganz bombe aus. Ach du Scheiße. In Ordnung. Ich nehme mal an, das Ding hat zehn Wellen, oder? Ja. Was ist? Ja. mehr explodieren so wo kommen sie diesmal lang ich glaube ich gehe mal nach oben da kommen sie nicht da kommen sie nicht von hier stehst du denn jetzt aber mal kommen sie von da unten ja alter 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 halte ich zurück halte ich zurück kommt von beiden seiten was mit die los du hast kein leben mehr da du musst ein bisschen aufpassen hatte ich ein bisschen zurück ich versuche weil bei dir sitzt richtig schokolade ich wusste nicht wie ich das ausdrücken soll von wo kommen sie jetzt von oben jetzt erwischen sie mich hier oder und der raum ist freigeschaltet wieder mal um alter er braucht sowas wer braucht sowas kann man sich da selbst mit schaden dass wir nämlich fatal kann man hier kommen die nie weg da wo man die geilste sicht drauf hat ich höre sie irgendwo oh gott hier oben weg wo kommen welche runter nein ich wurde überrascht kann man dich noch wiederbeleben ja noch geht es ja ich komme gar nicht runter egal großes problem wo bist du denn oh gott was ist da denn los danke zwergi danke zwergi giftstoffe müssen so ein typ mir noch mal wieder beleben kein top das wird aber schon wieder so ein starb hier irgendwo liebt sonst starb wie noch hinter mir hinter mir danke Okay, Valle ist auch schon mal auf dem Weg zur Arbeit. Ja, das weiß ich. Ich seh ihn gerade an der Kreuzung. Was gibt's? Medipack. Echt? Yo, ich snack mit denen eben. Ja, mach das. Ich bin gleich down, Alter. Da ist ein Maschinengewehr-Typi. Jo, ich bin weg. Jo, ich bin tot, mich hat's erwischt. Ah, yeses. Wir sind alle tot. Das kann doch wohl nicht sein. Wieder bei Welle 5er. Äh, 4 diesmal. Naja, war ja eine kurze Folge für heute. Vier haben wir geschafft und die fünfte, da sind wir dran abgekalkt. Einen Run schaffen wir noch. Ja, warte mal kurz ins Gasthaus, da kann ich meinen hier Charakter mal wechseln, weil ich würde ganz gerne mal den Zweck ausprobieren. Ja, dann machen wir ganz normales hier Story-Run noch. Einen da hinterher. Und doch ab. Ein kurzes Story-Run können wir nämlich noch schaffen. Was denn? Mach das. Mach das. Mach das. Mach das. Mach das nicht. Mit Sascha. Hallo. Hallo. Ja. Meine Frau ist auch hier. Ne, Sascha ist halt krank. Mit dem Kopf oder was? Ja, immer. Immer. Toll. Ach, scheiße. Ich will hier noch kurz hier. So ein Zwerg, den hier. Das krollt so. Hallo. Gott, bist du groß. Hä, wo bist du denn? Ach, da unten bist du. Winzling. Hallo. Ich habe dich nicht gesehen. Haben wir, haben wir, haben wir. Schwarzpulver hatten wir. Ja gut, dann müssen wir noch diese hier erstmal auf. Machen wir auch erstmal auf einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Weil einfach, einfach, einfach ist. Genau, so sehe ich das auch. Wir sind schon Level 3, Alter. Ah, ja, das ist. Läuft doch. Läuft. Ja, das ist. Pass auf, ich sehe schon. Und hast du heute schon an den, hast du an den Valentinstag gedacht? Was ist heute? Valentinstag. Was ist heute? Ah, okay, okay, okay. Hat sich erledigt. Okay, danke. Jo, tschüss. Ist, ist gecancelt. Ja, ist gecancelt. Geht ja nicht anders. Ah, ne. Oh, schöne Map. Schöne Map. Und auf geht's. Oh, da ist eine Tür. Ich will die Tür öffnen. Ich habe die Tür geöffnet. Wow. Äh, Inventor. Ah, Inventor. So ist der Name jetzt. Ja. Okay, unsere Tochter wird Lilly heißen. Lilly? Ja. Schick, der Name. Oh, das ist doch ein ordentlicher Name. Der gefällt mir so gut. Ja, der ist nicht schlecht. Nee, gleich ein Spitzname. Passt ja. Der Zwerg ist aber langsam, du. Aber die Axt, die hat Durchschlag. Ja, aber ich mag diese langsamen Angriffe nicht. Aber dafür, ne, die Axt. Ich brauche mal Hilfe hier, so ein bisschen. Ja. Hab ich. Die sind so schnell, da kommst du nicht hinterher, das ist das Blöde. Hm. Ich bin gleich schon tot, ey. Diese eingepanzerten Viecher, die halten ja so viel aus, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich die bekämpfen soll, diese gepanzerten Viecher. Hast du mich geheilt? Nein. Ach, dann ist das irgendjemand, der mich wieder geheilt hat. Ich bin gleich schon. Ruhe der Spann. Hallo? 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 Ich bin halt berühren, aber ich bin auch ein Traumer. Ich bin Veteran. Ich bin Whether I or I or I or I or I or I, or I or I, or I... I go to the Republic Paris. Oho! Reste, my father who is that we need standing. Watska. So, müssen wir überhaupt hin, ey? Ach, hier hoch. Leicht unübersichtlich. Oh, da sind noch mehr solche fiesen Kackwachen, ey. Junge, die haben ja alle Panzer rum. Wie willst du da denn durchkommen? Als Zwer kommst du hier nur durch. Du musst dich eben heilen. Der Zwerg ist cool. Danke. Bitte. Einfach unterspringen. Einfach unterspringen. Meinswohl. Einfach unterspringen. Ich lese auch. Ob das Spiel Spaß macht? So la la. So la la, sagen wir mal so. Also es hat sehr viele Left 4 Death Eigenschaften mit drin. Aber du für 15 Euro, oder gar nicht für 20 Euro, kann man nichts sagen. Ach du Scheiße. Bin unterwegs. Bin woanders. Bin da. Giftkrieger, Heidschlag, Dode. Russian, Russian. Ja, keine Zeit. Muss mich bald fertig machen für die Arbeit. Russian. Deswegen ja durch Russian. Einfach durch Russian. Egal ob wir sterben. So hoch. Hauptsache wir. Hoch. Ach scheiße, es geht hoch, oder was? Deswegen springen die mir hier alle auf den Kopf, ey. Ich gehe jetzt auch hoch. Gegner. Gegner. Ich mache euch platt. Ich bin ein kleiner Zwerg. Lasst mich in Ruhe. Ich bin im Range Mode. Lasst den kleinen Zwerg in Ruhe. Oh, hier, den kannst du nehmen. Da habe ich keinen Bock drauf. Der ist assi. Wie machst du den kalt, Alter? Hallo, meine kleine Axt. Guck mich kleinen Fetten nochmal an hier, ey. Ja, dich übersehen, so. Ja, deswegen. Sieht total süß aus, wie du springst, ey. Spring, spring. Allee, hopp. Hey. Hat der wieder hier irgendwelche Sonderware? Bestimmt. Der haut immer so schnell ab. Kümmer du dich um diesen Kacker. Ich renne immer, komm hinterher. Schlechte Idee, schlechte Idee. Den kriegst du ja niemals, ey. Der rennt ja fünfmal so schnell wie du. Kleiner Nahkampfzwerg. Da ist ein Gegner für dich. Komm her, komm her. Und zu denen, die ich jetzt gerade gehittet habe? Nee, der hier jetzt gerade vor mir steht. Nee, der genau, der, wo du jetzt gerade dran bist. Wo geht's denn hier weiter? Hier. Hier denke ich mal an. Hallo, Ratte. Ah, das ist ja cool. Ähm, ich brauch mal Hilfe hier. Ja, hab's ja schon. Nice. Mr. Hack'n'Slay ist wieder unterwegs. Oh, geil. Hack'n'Slay ist immer gut. Ich hab' ihn gefunden. Was hast du gefunden? Hier, die Laufratte hier. Wir müssen Fässer aufheben. Wo bist du denn? Ah, sie haben mich. Oh, okay. Vorrennen hat nie was Gutes. Au, jetzt, jetzt, jetzt krieg ich hier noch einer. Ist gleichwertig aufgestellt. Ja, ich werd' aufgestellt. Ich hab' gerade vier, bitte. Alles gut, ich stehe. Ja, oh, ich bin in meiner Dead Zone jetzt gerade. Ich auch gleich, so wie es ausschaut. Kann mir auch nicht heilen. Also, ich bin tot. Und unsere Leute stehen da einfach nur dumm rum, ey. Hm, ja. Ouch. Jupp, das war's. Ich bin tot. Nee. Und die Ränder einfach weg, ey. Ihr Schweinehunde. Aber jetzt hab' ich dich in Sicht. Jetzt kann ich dich beobachten. Das ist cool. Warten, süßer, kleiner Gnom. Der ist auch mit allen Wasser gewaschen, ey. Harrier-Hüff. Jetzt bin ich... Ah, wo ist er? Da haben sie dich. Niederlage, das war schon. Niederlande. Niederlande, ja. Aber der kleine Dicke, der geht gut, ey. Ja, sah auch nicht schlecht aus bei dir. Das war ja mal ein... Das war ein schlechtes Game. Harrier, das ist... Mh. Das war wirklich... Naja, dann würde ich mal sagen, Feierabend. Ja, Feierabend. Ich muss mich fertig machen für die Spätschicht. Jo, morg dat. Morg ik. Ähm, ja. Jo, meld dich einfach, oah. Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. So, ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Weilingstag. Ja, wünsche ich euch ja auch. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, morgen, wa? Ja, morgen Vormittag, ne? Sollten wir hinkriegen. Morgen Nachmittag dann halt mal andere Zeug. Jo, sollten wir hinkriegen. Alles klar. So, Eben durch das. Haut rein. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschau, tschau.